so hallo ihr lieben wir machen heute mal weiter mit half live lx und zwar mit dem nächsten kunden wir haben noch einiges vor uns was gucken ob ich das hier irgendwo habe wartet mal kurz das haben wir haben noch einiges vor uns escape from city 14 mal gucken ob ich irgendwo finde da chapter 1 sehr gut fortlaufende bewegung ist klar starten und los geht's immer gespannt wie das ist es wird von vielen so ein bisserl gehypt ob das dem hype auch gerecht wird was wir irgendwas machen wie immer vor laufende bewegungen vor laufende drehungen ich habe mein pc neu gemacht so und macht natürlich hoch genau jawohl wenn es genauso hat wie ich ihr seht das hier auf der rechten seite bei mir also in dem fall diesmal auge da wenn ich irgendwo amüsieren möchte muss ich mich unbedingt dran gewöhnen okay alles klar also falls ihr probleme habt mit mit epilepsie nicht schauen okay müssen von city 14 zu city 17 zurückkehren wir haben gleich direkt eine gute waffe läuft da ist nichts da muss man bis mal rechts gehen hat damit zu tun ich habe hier hinter mir ein schreibtisch und rechts sind mir ein schreibtisch jedes mal wenn ich ja dran komme dann schlag ich jetzt mit kontrolle dagegen ok hier ist nichts nichts auf ok hier auch nicht schauen wir mal wie es hier aussieht ja läuft ja ich bin schön zu drucken ja ja ok irgendwas ist alles zu das stimmt auch zu jawohl gehen wir mal runter weiter gehen wir mal runter weiter oh jawohl was zum heilen nichts 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 Forscher der bestimmt nicht funktioniert doch ah lol ja praktisch muss die dinger nicht entschärfen was sind überall solche dinger oh shit ok da komme ich nicht ran das wäre wahrscheinlich auch nicht durchgehen noch eins ne maske ne katze oh ist das niedlich hey ok tschüss jetzt tschüss jetzt oh oh hahaha ok ja war auch irgendwie unvermeidlich muss ich mal so sagen ok ok ich seh jetzt oh ja moin ok sind die wahrscheinlich erst gespawnt ok hier ist nichts ne maske ne maske oh oh tschüss tschüss ja briefkasten ist glaube ich auch nicht drin da auch ja da sehe ich drin nichts ja das war meine lampe ich brauche auf jeden fall weil meine größte größte zimmer ja so ok was denn noch irgendwas gibt oh munition munition ist immer gut da ist nichts weiter da ist nichts weiter dann sehen wir das einfach mal mit hier ähm wenn ich so länger laufen muss ok dann blieb ich mich einfach so vor es ist am einfachsten als wenn ich hier ewig rumlaufen muss ok hast du noch mal munition schüsse kommen immer näher schüsse Daten ok schüsse Daten schüsse Daten da so schüsse das ist auch nicht das ist ganz das ist auch nicht Leute nicht Ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 weil du machst einfach nur auf unsere ganz automatisch nachgeladen sparst du eine ganze menge zeit im kampf ist das echt gut noch mal doch ein laser visieren dauerfeuer braucht man eigentlich nicht Das glaube ich so nicht schlecht ist. Das war jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber mit dem ich mal vorsichtig habe, mal mit, weil wir wissen nicht, was das gleich auf uns zukommt. Das sieht bestimmt nicht mehr aus, wieder wie Kampf. Aber ist doch... Okay. 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 Okay, gut. Verheilen wir uns mal weichen. Ich weiß, ob wir jetzt noch mehr kommen oder nicht. Das tun wir nicht so, uns auf jeden Fall alle. Achso, das ist noch voll. Passt. Granaten haben wir eine Menge, noch was zum Heilen. Brauche ich auf jeden Fall. Passt nichts. Hier ist noch was, sehr gut. Scheiße, ich brauche Munition. Was sieht denn hier aus? Da ist nichts dran. Vielleicht im Kofferraum? Auch nicht. Auch meinen. Auch nicht. Geh mal eine Runde weiter hier. Was ist denn hier? Auch nichts. Auch nichts. Ich fühle mich wie hier mittlerweile unsere armen Retter in Deutschland. Auch scheiße. Wir nehmen uns. Wir nehmen uns. Dann geht's. Wir nehmen uns. Wir haben hier. Wir nehmen uns. Wir nehmen uns. also nichts gegen unsere rentner um Gottes willen aber viele also nicht vielen aber einigen bleibt uns anderes übrig ist aber etwas von mir hier auch nicht so 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 Ihr macht das schon. Okay. Okay, thanks for playing. We did it. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.